Baru, das ist der Start, zum neunten Rennen, Preishoppel war an der Sieg, die Bittertour. Fidu strebt sofort an die Spitze, eben in Grün und Geld, ist das Kupfer in der Sendung, eben jedenfalls in Geld, aber mit Brot, Brot, das ist Kalitlerik, ein Schuss des kleinen Feldes, galoppiert All-In hinter Just Mollet. Wie schnell lässt es Raffaellin angehen? Fragezeichen, noch sind die anderen dran an Fidu. Fidu ist in Führung, dahinter die beiden, die anderen vier, in zweier Kolonne, innen vorne, zweiter, dritter Stelle, footprint in der Sendung, dann All-In, jetzt sind die Fidu, in alle Hände voll zu tun haben, ihn zurückzuhalten, und Just Mollet, jedenfalls, auch das zweiter Feld. Vorne ist Fidu, der hat noch einen Abstand zwischen Zidu und die Verfolgerin, gehört bei den Löwen, jetzt allein auf dem zweiten Platz, von Brot in the Send, ist dritter, gefolgt von Just Mollet und All-In. Im letzten Morgen Fidu, wo Röderberg von Brot in the Send, Just Mollet und All-In, mit dem vier Bürgi, innen auf eine Lücke machen. In der falschen Gerade, jetzt hat All-In die Lücke, ist innen durch an zweiter Stelle geschlüpft, ohne einen Kraftaufwand. Und wenn Fidu jetzt einfach außen geht, kann All-In in-Nord angreifen. All-In-Nord Fidu, wenn sie jetzt ab in 5.000, All-In ist in vorn, All-In mit Fidu, All-In-Ko, Fidu, Fidu, jetzt noch mal zurück, Fidu, jetzt noch mal, All-In von Fidu, All-In-Ko, Fidu! Ja, hier, also, All-In von Fidu, nach der dritten Transmission, vermutlich vom Kumpel-Panier-Sand, von All-In-Ko, das ist wieder gut. Ja, hier, also, All-In-Ko.